Willkommen zurück bei Dishonored, jawollt, weiterpart jetzt, wir sind immer noch in diesem scheiß Gefängnis. HAUT! Ähm, und wir gehen weiter, nachdem wir eingesperrt wurden. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Deskonten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden, eine Woche im Voraus. Gut, also wir gehen mal wieder etwas, wir gehen mal zur Sicherheit vorsichtiger vor, auch wenn ich einfach nur unfähig bin. Hm. Wir können also was trinken, sehr gut. Hast du überall einfach so Geld rumlangen lassen? Oh. Einen Moment. Lest's euch durch. Irgendwann verrecke ich noch bei einem Musenabfall, so. Anweisungen des wachhabenden Offizierskorvos Verhör. Korverteuer, fröhliche Häuser, Schuss, dann musst du Feuerherrger aufnehmen, blablabla, äußerste Wichtigkeit, Lautregent und Oma, blablabla, werden das Feuer persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern, achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Korver durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es der Lautregent wünscht, ist der Kopf der Nächste, der Volt. Okay. Jot, erfahre, wie du das Tagebuch verwendest. Ist mir eigentlich wurscht, ich nehme an, ich kann es mit T öffnen, kann ich nicht. Ich kann es mit Jot öffnen, finden, Notizen, Inventar, so einfach ist das. Okay, kein Ding. Okay. Okay. Okay, das ist geil, man kann die werfen. Ups. Ohne Kombination, okay. Prüfung der Winger. Aus dem Auszug über die esoterische Praxis und des Ordens zeigt ein Kind die richtige Leidung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Objekts beauftragt, um zu bestimmen, Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder ritualen Vorbereitungen erzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Interessant. Wie krank seid ihr Spasten eigentlich? Da ist mein Ziel, gut. Du bist hässlich, aber ich kann nicht auf dich schießen. Sind wir dazwischen Wachen gekommen? Den hab ich nicht gesehen! Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern nehmen. Vergesst es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Hier ist ein sehr gutes Versteck. Schon üdel? Halt's Maul! Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Reisee er in den Planen. Oh, holl... Oh, das ist... Oh, oh, das... Oh, 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 das... Okay, lassen wir ihn erst vormarschieren und dann Hat er gerade die Ratte zertreten? Hat er Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden Oh, my goodness Oh, my goodness Oh, my goodness Und schlafft die Leute! Jetzt habs ich! Und schluck schon! Dr. Rönt ihr nieder! Fail! Yay, wir sind Spasten! Und Unfake! Letzter Speichelpunkt, okay! Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Es tut mir leid, ich bin Unfake gelegentlich. Was war das jetzt gerade für ein Lack? Okay. Ich sollte öfter... Schnell speichern, ich weiß. Kaiser. Kaiser. Eckwell, du fauler Sack! Hast du den Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern nehmen. Sie werden von einem Wach-Offizier beseitigt. Dreh einfach nur deine Rücken. Der Räder macht uns beiden Ärger. Wenn schon unterwegs. Eine Woche im Voraus. Ich muss zuerst ihn aus dem Verkehr ziehen, dann kann ich den anderen aus dem Verkehr ziehen. Wie alt war noch mal deine Schwester? Du bringst mich immer zum Lacken! Entweder ein ZDF, aber kießer Schlöger im Großen und ich die Flüss im Großen. Alles, was man sagt! Nein, das ist dann, aber auch nicht der Kieb. Der Kieb ist das scheuern! Der Kieb ist so nah! Das ist so! Ja, ich bin sehr glücklich. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal- und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ja, das ist ein... Da ist eine Ratte. Gut. 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 Okay. 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 Okay.